Guten Abend und herzlich willkommen zum Sternensucher-Podcast. Deine Gute-Nacht-Geschichten für schöne Gedanken zum Abend. Erik, Barney und Hoppel konnten sich gerade in letzter Sekunde hinter den Umzugskisten verstecken. Nun wird es spannend. Wer kommt da auf den Dachboden? Ich wünsche dir viel Freude mit Folge 29. Das Geheimnis der Fibel. Erik duckt sich hinter die Umzugskisten. Barney hat die Wangen aufgeblasen, als würde er die Luft anhalten und Hoppel quetscht sich daneben an den Karton. Erik lauscht. Die Person geht auf die Truhe zu. Aber diese Schritte klingen nicht wie die von Mama. Also kann es nur. Erik schiebt seinen Kopf so weit über die Kiste, dass er gerade so sehen kann, was passiert. Die Person leuchtet mit der Taschenlampe in die Truhe. Gregor! Erik atmet vor Schreck lauter aus, als er eigentlich wollte. Gregor hört auf, in der Kiste zu kramen. Dann geht er in die Mitte des Dachbodens und lauscht. Erik hält die Luft an. Die Schritte gehen in Richtung Dachbodentür. Und Erik hört die Tür ins Schloss fallen. Er ist weg! Los, gut! antwortet Barney. Er wollte mich holen. Wieso hat er dich in der Truhe eingesperrt? Barney klettert auf die Kiste und ist jetzt genauso groß wie Erik. Farburg sagt, dass die Fibel in Papas Zimmer ist. Also habe ich mich aufgemacht, um sie zu holen. Farburg? Farburg kann auch sprechen? Nennen wir es Fauchen. Er spricht immer so undeutlich. Keiner versteht ihn. Ich war also auf dem Weg in Papas Zimmer. Ich wollte gerade an die Türklinke springen. Da kam Gregor und hat mich geschnappt. Und ich bin wieder in dieser Truhe aufgewacht. Ich verstehe es nicht. Die Fibel ist in Papas Zimmer. Warum will Gregor die Fibel finden? Es ist doch nur ein Buch. Hoppel springt neben Barney und flüstert ihn etwas ins Ohr. Nein, noch nicht. Nein, er ist noch nicht so weit. Aber die Prophezeiung, du weißt doch. Also gut, ich sage es ihm. Was willst du mir sagen? Barney zieht das Fell um seine Knopfaugen zusammen, als hätte er Erik etwas Wichtiges zu sagen. In der Fibel ist etwas versteckt. Etwas, das Gregor haben will. Etwas, das Gregor nicht bekommen darf. Es ist eine Karte. Eine Karte? Nicht irgendeine Karte. Es ist eine Schatzkarte. Die Karte zum verlorenen Weihnachtsstern. Ob die Freunde die Karte zum verlorenen Weihnachtsstern finden, hörst du in Folge 30. Und wenn dir diese Geschichte gefallen hat, dann danke ich dir, dass du den Sternensucher-Podcast abonnierst und nächste Woche wieder dabei bist. Und jetzt eine gute Nacht. Dein Mario Mietig